Hallo, grüß euch. Endlich das letzte Video zur Nutzwertanalyse. Wenn wir nochmal unsere ursprüngliche Tabelle, unseren Plan anschauen, wir haben jetzt fast alles erledigt. Wir haben unsere Kriterien, die wir bewertet haben, also wie wir die Fläche bewertet haben, und unsere Ausschlussflächen. Ich habe da immer aufgeschrieben, wie die Dateien heißen. Im Hintergrund sehen wir, ich habe die in meinem ArcMap drinnen. Jetzt geht es darum, das zusammenzuführen. Da gibt es in eurer Anleitung eher gute Erklärungen. Grundsätzlich werden wir eine mathematische Formel anwenden. Zum einen werden wir unsere drei Kriterien, das ist eh so ähnlich wie hier dargestellt, gewichten und aufsummieren. Deswegen ist es wichtig, dass die Gewichtung in Summe 100% ergibt, weil jedes Kriterium wird mit ihrem Anteil multipliziert. Und dann, wenn man die zusammenrechnet, bleiben wir quasi innerhalb der Skala von 1 bis 3. Also lest das im Skript nach, da ist es ganz gut erklärt, ein bisschen schöner illustriert, wenn ihr Verständnisprobleme habt. Aber im Grunde ist es nicht so kompliziert. Und auf jeden Fall, diese Bewertung unserer Gesamtfläche von 1, 2 oder 3 wird im Anschluss nochmal multipliziert mit unseren Ausschlussflächen. Warum wird das im Anschluss multipliziert? Weil, wir haben ja eh gesagt, die Ausschlussflächen, die werden nicht abgestuft, sondern einfach nur, wenn die Fläche geeignet ist, wird sie mit 1 multipliziert. Sprich, das Ergebnis, was vorher hier rausgekommen ist, ändert sich nicht. Und wenn es nicht geeignet ist, wird es mit NoData multipliziert, sprich, es fällt weg. Das heißt, so ähnlich werden wir jetzt die Formel aufbauen. Ihr seht, da ist die Dateibenienung ein bisschen anders, aber das System ist im Grunde gleich. Und das Werkzeug, das wir da verwenden, heißt RasterCalculator. Das ist hier drinnen, also wieder in unseren Special Analyst Tools und so. Unter Map Algebra gibt es eh nur ein Werkzeug und das ist der RasterCalculator. Der schaut jetzt ein bisschen anders aus, als wir gewohnt sind, aber er ist nicht so kompliziert. In dem kann man quasi hier eine Formel eingeben und dann hier unten sagen, wo man sie hinspeichern will. Und die Formel, die wir eingeben, kann man entweder über diese Tasten, über Knöpfe hier eingeben oder mit der Tastatur eintippen. Habt doch die Zeichenstimmen und das GIST versteht's. Also wir machen mal Klammer auf für unsere bewerteten Kriterien und dann nochmal Klammer auf für das erste Kriterium. Und das wäre bei uns die Hanglage. Und ihr seht, hier haben wir unsere Liste mit allen Layers, die wir halt haben in unserer Karte. Und hier ist wieder der Vorteil, wenn ich das geordnet habe, ist es ein bisschen übersichtlicher. Ich sehe hier, okay, ich brauche nicht nur meinen reklassifizierten Ordner zu beachten, weil ich weiß, das sind meine Ergebnisse. Das heißt, das erste, was ich mag, ist Hang. Und da kann ich wieder einfach doppelklicken und dann schreibt er das unten hin. Und dann müssen wir das eben mit der Gewichtung multiplizieren. Das heißt, ich sage Mal. Und in meinem Fall ist es 30% und da gebe ich ein 0,3, weil das quasi 30% von meinem Gesamtwert dann ausmachen soll. Also mal 0,3 und dann Klammer zu. Ihr seht, wenn ich das hier eintippe mit diesen Tasten, dann macht der Leerzeichen, wenn ich es auf der Tastatur eintippe, schaut es ein bisschen unübersichtlicher aus. Egal, der Punkt ist, so gehen wir vor. Also wir multiplizieren das und dann sagen wir Plus und dann sagen wir Wiederklammer auf und dann nehmen wir unser nächstes Kriterium. Das ist in unserem Fall die Distanz zu Siedlungen. Genau, dann sagen wir Wiedermal und jetzt mal 0,4 in dem Fall. Also wirklich, da macht es jetzt wieder sehr viel Sinn, wenn man mitgeschrieben hat, damit man nicht durcheinander kommt. Wenn ihr auf der Tastatur eintippt, achtet darauf, dass Komma ist in dem Fall ein Punkt. Wenn ihr einen Beistrich macht, versteht das Gieß nicht, was ihr wollt. Genau, noch einmal Plus, weil wir haben drei bewertete Kriterien. Noch einmal Plus, Klammer auf, nehme ich den Abstand zu den Straßen, mal und das ist jetzt wieder 0,3. Klammer zu und das waren eben die drei mit einer Bewertung und dann machen wir nochmal Klammer zu. Also ihr seht, wir müssen einfach schauen, dass wir alle unsere drei Sachen drinnen haben und dass alle richtig gewichtet sind, dass das in Summe wieder 100% ergibt. Und jetzt kommen noch unsere Ausschlussflächen und deswegen haben wir übergeordnete Klammer gemacht, weil wir das Ergebnis jetzt multiplizieren mit einerseits den Ausschluss für die Landwirtschaft, weil sich das alles wegkommt außer Landwirtschaft und dann können wir einfach nochmal multiplizieren und sagen Ausschlusswind für die Flächen, die überhaupt einen Wind haben. Wer sich jetzt denkt, okay, man könnte sich da eine Klammer sparen für diesen Ausdruck, weil Punkt vor Strich Rechnung hat recht, so ist es einfach nur übersichtlicher. Gut, das heißt, das ist jetzt unsere Formel. Durch die langen Textzeichen wird das ein bisschen unübersichtlich. Deswegen würde ich euch empfehlen, bevor ihr jetzt auf OK klickt oder irgendwas, markiert das einfach alles und sagt STRG C oder halt Rechtsklick kopieren. Damit ihr das kopiert habt, entweder lasst es einfach kopiert oder ihr schreibt es euch irgendwo hin. Wird sowieso nicht schaden, wenn ihr das, ich schreibe es jetzt bei mir zum Beispiel hier einfach rein. Hauptsache es ist notiert. Es ist immer gut, wenn man solche Arbeitsschritte mit dokumentiert. Gut, aber eigentlich sollte die Formel so stimmen. Jetzt geht es wieder als letzten Schritt um den Speicherort. Jetzt haben wir das, was ich am Anfang mal erwähnt habe. Hier steht nicht automatisch TIFF dran, sondern er würde dieses GIS-ACGIS-Rasterformat nehmen. Mag ich aber nicht. Ich nenne das jetzt einfach mal Ergebnis.TIFF. Genau, das war es eigentlich. Also einfach mitdenken, schauen, dass die Kriterien passen, dass alle richtig reklassifiziert wurden, die Formel richtig eingeben und dann sollte es funktionieren. Dann lassen wir ihn mal rechnen. Es passiert was. Gut, wir haben ein Ergebnis. Es sieht allerdings nicht allzu spektakulär aus, aber das ist so. Erster Blick bei mir ist dann immer gleich, ich schaue auf den Wertebereich. Also wir haben nur Werte zwischen 1 und 2,2. Das ist plausibel, weil wir wollen ja, dass unsere Bewertung innerhalb von 1, 2 und 3 bleibt. Wenn da jetzt irgendwas über 3 wäre, wäre irgendwas falsch. Dann müsst ihr nochmal die Formel anschauen. Also das ist wichtig, schaut auf das. Was mir auch auffällt, Werte bis 2,2, das ist unser bester Wert. Das heißt, wir haben gar keine geeigneten Flächen. Und ihr seht es da schon an der Karte, es gibt nicht viele Flächen, die übrig bleiben. Nicht viele gute Flächen für Windräder, aber so ist halt unser Ergebnis mit unseren Kriterien. Genau, was man jetzt noch machen kann zum Abschluss. Entweder ihr reklassifiziert das nochmal, um die Ergebnisse auf und abzurunden auf 1, 2 oder 3. Müsst ihr nicht unbedingt für die Darstellung reicht es eigentlich, wenn ihr in die Symbology reingeht von diesem Layer. Und hier kann man auch einstellen, classified eben. Und hier kann ich auch sagen, ich hätte gerne nur 3 Klassen. Ich kann hier auch auf classified gehen, ähnlich wie beim reclassify Tool. Also 3 Klassen. Und wenn ich bei meinen Break Values jetzt einfach 1,5 zum Beispiel einstelle und 2,5 und 3 als höchsten Wert. Da geht es darum, dass man einfach rundet, dass quasi alle Werte, die näher an 1 liegen, sprich, in dem Fall wäre das von 1 bis 1,5, sollen dann zu 1 werden. Alle, die zwischen 1,5 und 2,5 liegen, sind quasi näher an 2, sollten 2 werden. Und alles über 2,5 ist näher an 3 und soll quasi 3 werden. Das ist deswegen, damit wir in unserem Bewertungsschema bleiben. Ich sage, okay, ich kann das da jetzt gleich als Label noch ändern. Also 1 wäre quasi wenig geeignet, das wäre geeignet und 3 wäre gut geeignet. Und Farben vergebe ich auch, die mache ich ähnlich wie vorher mit schlecht ist rot, mittel ist gelb und gut ist grün, damit wir es deutlich sehen. Und ich sage mal, okay, jetzt ist das schon ein bisschen deutlicher. Also wir haben nur oben Ergebnisse, was nicht so überraschend ist, weil ja unsere Gewinnflächen nur oben sind. Und das ist quasi einfach, was überbleibt. Wir haben nämlich relativ viel ausgeschlossen und das passt schon so. Was wir nicht haben, sind gut geeignete Flächen. Das liegt halt an meiner Bewertung. Aber solange meine Bewertung Sinn ergibt und ich das richtig eingegeben habe, stimmt das auch so, das Ergebnis. Wenn ihr gar kein Ergebnis habt, dann müsst ihr halt nochmal zurückgehen. Im Rahmen dieser Übung wäre es schon gut, wenn ihr ein Ergebnis habt. Dann müsst ihr einfach eure Werte noch anpassen. Aber es sollte auf jeden Fall irgendwelche Flächen geben, die geeignet sind. Also die paar Fleckerl sozusagen auf der Landschaft wären jetzt die Orte, wo Windräder stehen können. Genau, man ist ja nicht so einfach. Wir haben ja da einen sehr dicht besiedelten Raum eigentlich in Wirklichkeit und nur auf landwirtschaftlichen Flächen. Also viel haben wir eh nicht zur Auswahl. Gut, also das ist jetzt eigentlich unser Endergebnis. Die weiteren Schritte wären eigentlich nur noch ein Layout erstellen. Das könnt ihr eh schon aus den vorherigen Übungen. Die Daten aufzuräumen. Bevor ihr abgebt, ist wichtig, dass ihr eben schaut, dass eure Ordnerstruktur Sinn macht. Es kann ja sein, dass ihr mehrere Zwischenergebnisse habt, weil ihr Sachen ausprobiert habt. Die könnt ihr ruhig löschen. Also alles, was nicht irgendwie Sinn macht, können wir ruhig rauslöschen. Und ihr müsst natürlich auch die Metadaten vergeben. Das habe ich eh schon mal erwähnt in meinem Video über Arc Catalog, wo die Metadaten sind. Ist in den Unterlagen auch ganz gut erklärt. Das heißt, dass ihr es noch zu tun, Layout machen, Metadaten vergeben und wie gewohnt abgeben. Aber das wäre es jetzt eigentlich. Somit danke für die Aufmerksamkeit in dieser relativ langen Videoserie.